Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde, ganz herzlich willkommen zu diesem Video über die Tendenzen im Januar 2019. Es wird ein dynamischer Monat mit vielen verschiedenen Aspekten und Kräften, die sich gegenseitig durchdringen. Sie pushen uns im Leben etwas zu erreichen, machen uns aber auch geneigt, einmal Angefangenes plötzlich wieder abzubrechen. In der Liebe stehen die Sterne sehr verführerisch, so sehr, dass wir aufpassen müssen, keine Dummheiten zu machen. Ich werde mich hier bemühen, das aufzudröseln und zu erklären, aber gegebenenfalls lohnt sich eine persönliche Beratung, um die Ereignisse zu sortieren, denn so mancher wird sich im Januar heiß verlieben oder wichtige Jobentscheidungen zu treffen haben. In dem Falle wendet euch direkt an mich und ruft entweder auf meinem Kundentelefon an oder meldet euch per E-Mail oder über meine Homepage, um eine Beratung zu buchen. Und wie ihr mich erreicht, die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In meiner Verlosung gibt es diesen Monat noch einmal ein Jahrbuch zu gewinnen und zwar mit einer persönlichen Widmung von mir. Und wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt habe ich zwei Gewinnerinnen zu verkünden, nämlich aus der Verlosung vom Dezember und vom Jahreshoroskop. Eine Jahresvorschau bei mir gewonnen hat Michaela Braun. Vielen Dank, dass du mein Video auf Facebook geteilt und mir einen netten Kommentar geschrieben hast. Das Jahrbuch geht an Silke Jessen-Rotte-Wert. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Bitte meldet euch unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei mir, damit ihr eure jeweiligen Gewinne in Empfang nehmen könnt. Jetzt wollen wir in die Konstellationen schauen. Ich gebe mein Bestes, um euch mit diesen aufregenden kosmischen Kräften vertraut zu machen. Nach drei Monaten fast ohne Saturn-Aspekte steht der Prüfungsplanet jetzt wieder voll im Mittelpunkt. Denn der Neumond vom 6. Januar, der gleichzeitig eine partielle Sonnenfinsternis ist, fällt in den Steinbock und betont die Kraft von Saturn. Mitbeteiligt ist Mars als Energiegeber. Er wandert in der Nacht zum 1. Januar ins Powerzeichen Widder, wo er herrscht und seine volle Kraft entfaltet. Das heißt, wir haben starke kosmische Kräfte, die uns nach vorne drängen und uns auffordern, unsere Pläne umzusetzen. Wenn ihr den Glücksneumond im Dezember genutzt habt, um euch über eure Wünsche und Ziele klar zu werden, werdet ihr wahrscheinlich jetzt einen starken Drang verspüren, davon schon einiges umzusetzen. Nur zu, der Neumond am 6. Januar ist ein Neumond der Manifestation. Da steckt alles drin, was wir brauchen, um Ergebnisse zu erzielen. Tatsächlich würde ich euch empfehlen, im Januar schon mal eine Sache umzusetzen, die ihr euch vorgenommen hattet oder zumindest ein Etappenziel anzustreben, denn dann könnt ihr gleich mit einem Erfolgserlebnis ins Jahr starten. Der Mars im Widder ist ideal dafür, denn er verleiht uns Schwung und Mut. Davon profitieren natürlich besonders die Feuer- und Luftzeichen. Also, das will ich euch nochmal eben aufzählen. Feuer ist Widder, Löwe und Schütze und die Luftzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Aber das ist insgesamt eine sehr vorwärtsdrängende Energie, die uns eigentlich alle erfassen kann, wenn wir uns gute Ziele gesetzt haben. Die Tatsache, dass der Mars im Laufe des Monats Konfliktaspekte mit Saturn bilden wird, heißt, dass wir dabei auch getestet werden. Nämlich, ob wir unsere Ziele ernst genug nehmen, um auch eventuelle Konflikte zu überstehen oder ob wir uns dann gleich in Frage stellen und wieder aufgeben. Es wird also nicht immer ganz einfach in diesem Monat, aber die guten Aspekte zeigen an, dass wir am Ende sehr wohl Erfolgserlebnisse haben können, wenn wir durchhalten und an unsere Sache glauben. Also, Ärmel hochkrempeln und auf geht's! Wichtig für die Energie des Monats ist auch Uranus, der mit dem Neumond die Richtung wechselt und nun wieder direktläufig wird. Er durchläuft dann die letzten Grade des Zeichens Widder und geht im März endgültig für sieben Jahre in den Stier. Dadurch werden sich seine inspirierenden, aber auch unberechenbaren Kräfte in diesem Monat besonders entfalten. Ebenfalls noch während der Neumondphase, nämlich am 7. Januar wechselt die Venus das Zeichen und geht in den romantischen und optimistischen Schützen, was die Neigung zu Liebesabenteuern fördert. Am 13. Januar formt sich dann zum ersten Mal die Quadratspannung zwischen Neptun und Jupiter, über die ich schon im Jahreshoroskop und im Jupiter-Special viel gesprochen habe. Das ist diese Konstellation, die uns himmelhoch jauchzend macht, aber wenn wir nicht aufpassen, auch zu Enttäuschungen führen kann. Sie wirkt den ganzen Monat über. Wir haben also mehrere recht unterschiedliche Kräfte, die im Januar miteinander interagieren. Zum einen ist da die vorwärtsdrängende Umsetzungsenergie mit Saturn und Mars, zum anderen der Ideenreichtum und abrupte Kurswechsel durch Uranus und schließlich die Energie der Romantik und Verführung und Übertreibung durch Jupiter und Neptun. Das kann sich zum Beispiel so äußern, dass wir nach einer Periode mit großem Schaffenstrang plötzlich keine Lust mehr haben und eine Sache abbrechen, die wir mit viel Schwung angefangen hatten. Vielleicht bringen wir dann etwas Wichtiges nicht zu Ende oder stoßen im Job unsere Kollegen oder Vorgesetzten mit so einem Verhalten vor den Kopf. Es kann sich auch so äußern, dass wir einen gewissen Druck aufbauen mit all dem, was wir uns vorgenommen haben und dem nicht mehr standhalten und uns beispielsweise in eine Liebesangelegenheit flüchten, sodass wir für eine Weile unsere anstrengenden Vorhaben vergessen können. Und in der Liebe selbst gibt es auch einiges auf und ab. Die Liebessterne stehen äußerst verführerisch, um sich neu zu verlieben. Das kann man gar nicht anders sagen. Um die Monatsmitte herum verbinden sich Venus und Mars. Venus steht hier im Schützen und bildet einen sehr schönen Aspekt zum Mars im Widder und das ist eine sehr schöne Harmonie und das heißt, es liegen Liebe und Leidenschaft in der Luft. Am 20. Januar morgens um 9.59 Uhr wechselt die Sonne ins Zeichen Wassermann. Und am Tag darauf, am 21. morgens um 6.15 Uhr ist dann der Vollmond, der auch zugleich eine totale Mondfinsternis ist, und zwar in den Zeichen Löwe und Wassermann. Und bei dieser Vollmondkonstellation steht die Venus direkt neben Jupiter und in Harmonie mit Mars, was Liebesglück und starke erotische Kräfte anzeigt. Aber da ist eben auch die Spannung von der Venus zu Neptun, was eine Tendenz zu heimlichen Affären anzeigt. Es liegt also die Gefahr in der Luft, dass einer der Beteiligten ein Geheimnis hat oder dass es hinter den Kulissen noch eine Wahrheit gibt, die nicht alle kennen oder einfach, dass wir gegen alle Vernunft der Leidenschaft folgen wollen. Und mit der ganzen Planetenkraft im nüchternen Steinbock ist die Gefahr groß, dass solche Sachen auffliegen und dann zu bitterer Enttäuschung führen. Und selbst wenn etwas nicht auffliegt, wird es wahrscheinlich auf die Dauer unangenehme Konsequenzen haben. Das zeigt der absteigende Mondknoten im Steinbock. Deswegen wäre der Tipp der Sterne, wenn wir im Januar in eine Krisensituation hineingeraten, sollten wir uns immer fragen, ob wir uns nicht am meisten selbst betrügen. Sei es, indem wir etwas anfangen und es nicht zu Ende bringen oder sei es, indem wir in der Liebe Geheimnisse haben oder dem Partner die Wahrheit vorenthalten. Selbst wenn wir damit vor anderen durchkommen, wir müssen ja damit leben, wie es gelaufen ist. Hier sind meine Tipps, wie wir damit umgehen und gleichzeitig die guten Aspekte der Planeten optimal nutzen können. Wir sollten unsere Zeit und unsere Kräfte gut einteilen und uns realistische Ziele setzen, die wir gut bewältigen können, ohne dass uns mittendrin die Puste ausgeht. Und wenn eine Krise kommt, kann man ja auch einfach mal eine Pause machen und dann den angefangenen Prozess wieder weiterführen. Vielleicht müssen wir uns auch zwischendurch mal fragen, gebe ich jetzt der Versuchung nach und tue etwas, von dem ich letztlich weiß, dass es mich von meinem gewählten Weg abbringt oder bleibe ich konsequent bei dem einmal angefangenen Vorhaben? In der Liebe ist eine offene und ehrliche und authentische Haltung das Beste. Und auch eine verbindliche Haltung. Wenn zum Beispiel in einer Beziehung, was am Argen liegt, ist es besser, sich nachhaltig um die Beziehung zu kümmern, als durch einen Flirt mit einer dritten Person einen Ausweg zu suchen. So eine Ablenkung mag sich erstmal angenehm anfühlen, aber es kann höchstens einen Aufschub bringen und wird das Problem sicher nicht lösen. Übrigens hilft uns Uranus dabei, zu guten und originellen Lösungen zu kommen und auch die Liebesplaneten sorgen dafür, dass wir in der Liebe optimistisch in die Zukunft blicken und einen liebevollen Kontakt zu unseren wichtigen Menschen halten. Aber alles, was kompliziert und verschlungen ist oder unsicher oder heimlich, das lässt sich nur schwer kontrollieren und wird uns wahrscheinlich viel Energie kosten. Der Vollmond gibt uns aber noch einen guten Hinweis. Er steht in einer positiven Verbindung zu heiler Planet Chiron und das bedeutet, wenn wir uns den psychologischen Prozessen, die durch diesen Vollmond zutage treten, ehrlich stellen und bereit sind, daraus zu lernen, kann das zur Heilung des jeweiligen Problems beitragen. Außerdem glaube ich, dass alle, die heilend und beratend tätig sind, im Januar viel zu tun haben werden. Die Evolutionsagenten unter uns werden sehr gefragt sein. Im Anschluss an den Vollmond kommt mehr und mehr Leichtigkeit auf. Die Sonne steht dann im Wassermann und der Merkur gesellt sich ab dem 24. dazu. Das sind gute Konstellationen für gesellige Aktivitäten, Spaß und Kreativität. Wer es geschafft hat, für ein erstes Erfolgserlebnis bei der Umsetzung von Plänen und Zielen zu sorgen, hat dann allen Grund zum Feiern. Außerdem baut sich zum Monatsende hin ein sehr günstiger Aspekt zwischen Saturn und Neptun auf, der uns Achtsamkeit, Orientierungshilfe und Stabilität verspricht. Vor allem diejenigen, die auf dem spirituellen Weg sind, werden sich damit sehr wohl fühlen und können auch anderen dabei helfen, sich zu sortieren. Wenn wir es ganz altmodisch ausdrücken wollen, führt uns dieser Aspekt wieder auf den Pfad der Tugend zurück, falls wir es vorher etwas wild getrieben haben. Und es ist auch eine sehr gute Zeit zum Monatsende hin, nochmal innezuhalten und über unsere inneren Werte nachzudenken. Das lohnt sich, denn der Mars im Widder zeigt noch bis Mitte Februar großen Schwung und viel Schaffenskraft an und wenn wir uns über unsere Werte und über unseren Weg im Klaren sind, können wir diese Kräfte am besten nutzen, um voranzukommen. Weitere Einzelheiten und meine Tipps zur Neumond-Meditation erfahrt ihr dann in meinem Video für die 12 Sternzeichen. Das war mein astrologischer Ausblick für den Januar. Für eine persönliche Beratung zu eurem Horoskop könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder direkt über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Die ausführliche Deutung eurer langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, findet ihr in meinem Buch Das große Jahreshoroskop 2019. Heißer Tipp, ihr könnt es jetzt direkt über Amazon bestellen. Die haben eine größere Menge Bücher geordert und am Lager. So habt ihr es am schnellsten zu Hause. Oder ihr kauft euch das E-Book. Da gibt es natürlich gar keine Wartezeiten. Ich schreibe euch die Links zum Bestellen unten in die Videobeschreibung und ihr findet die Infos auch auf meiner Homepage. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 4. Januar um 18.30 Uhr. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel, in welchem Bereich bei euch die Finsternisse vom Januar fallen. Der darauf folgende Termin ist am Freitag, den 8. Februar. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. In meiner Verlosung könnt ihr noch mal eins meiner Jahrbücher gewinnen und zwar mit einer persönlichen Widmung von mir. Und an der Verlosung könnt ihr teilnehmen, wenn ihr mir hier einen netten Kommentar postet und meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr schon ein Abo habt, könnt ihr meinen Kanal gerne weiterempfehlen. Das Kanalabo hat auch den Vorteil, dass ihr immer automatisch erfahrt, wenn ich neue Videos hochlade. Und dazu einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2019. Mehr über die wichtigsten Konstellationen des Jahres erfahrt ihr in diesen Video-Specials. Über Jupiter im Schützen und über den Mondknoten im Krebs und Saturn im Steinbock. Alles Gute mit den Sternen!